Hallöchen und herzlich willkommen meine lieben Freunde hier auf Pandito Gaming. Ich bin der Ben und spiele heute Hot Wheels. Mit dem roten Helm werde ich fahren. Okay, bevor wir anfangen im Singleplayer müssen wir spielen. Ich glaube den Onlineplayer und so weiter muss man sich erst freischalten. Erst einmal der Kommentar des Tages. Der kommt von Markus Neu. Er schreibt, hi Pandito Gaming, ich gucke euch schon ein Jahr. Ich liebe euch. Dankeschön Markus Neu für diesen schönen Kommentar. Wenn auch jetzt du willst, dass dein Kommentar hier mal genannt wird im Video. Schreibe jetzt einen schönen Kommentar unter dieses Video. Wird mich riesig freuen oder lasst uns mal schauen. So, wir fangen hier in Level 1 an. Rough Road 1 von 6. Ne, gar nicht wahr. Oh, hier geht es ja richtig weit. Okay. Gut. Ich klicke einfach mal auf fortfahren. Dann haben wir hier eine Auswahl. Okay, wir können gar nicht so viel auswählen. Ihr seht es unten. Wir haben gar nicht so viele Fahrzeuge zur Auswahl. Nur den Rit Rot. Tempo, Grip, Stabilität, Neigung. Alles nicht so super. Was passiert, wenn ich auf die 60 klicke? Gar nichts. So, für 3000 Kristalle. Wir haben 0. Könnten wir noch ein anderes Auto freischalten? Geht leider auch nicht. So, Bremse und Gas gibt es hier. Und los. So. Ich glaube nicht, dass ich hier nur Vollgas fahren muss. Oh. Ei, ei, ei. Beschleunigung pur hier. So. Oh, oh, oh. Man muss ab und zu. Ja, Megasprung. Man muss ab und zu auch mal vom Gas runter. Sonst passiert sowas. Das gibt es ja nicht. Rit Rot ist explodiert. Ja. Okay. Neuer Rekord ist ja stark. 298 Meter. Vorsicht, explosiv. Ja. So. Wir haben immer 80 gesammelte Münzen. 81 verdiente Stunt-EP. So, fortfahren. Wenn du in der Luft das Gaspedal bedienst, neigt der Truck sich nach hinten. Also, ne? Gut, wir müssen das Ganze eh nochmal machen. Einfach nochmal Gas. So, Wheelie. Wir liegen hinten. Megasprung. So, wir müssen in der Luft natürlich dann auch die Bremse mal betätigen, damit wir uns nicht wieder überschlagen. Schaffen wir das? Wir haben. Oh, das war knapp. So, jetzt müssen wir hier hochkommen. Das ist auch nicht ganz so einfach. Komm schon. Gib Gas. Das müssen wir schaffen. Haben wir genug Schwung gehabt? Kommen wir hoch. Wir kommen rum. Wow. So, Jump. Bremse drücken. Und wieder Gas. Münzen sammeln. Er ist explodiert. Jetzt haben wir hier eine gute Chance, dieses Ding zu gewinnen. So, hier nochmal hoch. Das sieht sehr hoch aus. Really? Nein. Nein, 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 nein. Kommt. No. Oh. Rip Rod ist explodiert. Nach 720 Metern. Also, wir kriegen den zweiten Stern. Neuer Rekord. Gut. Wir kriegen 140 neue Münzen. 429 EP dazu. Ja, Fahrzeugrekord. Streckenrekord. Naja, Streckenrekord. Wenn du in der Luft das Bremspedal bedienst, neigt sich der Truck nach vorne. Das ist das, was ich eben auch schon mal meinte. So, aufwerten. Tempo. Verbesserungen sind der Schlüssel zum Erfolg. Ah, verbessere dein Tempo. Jetzt haben wir hier die Chance, das Tempo zu verbessern. Wollen wir das machen? Wollen wir das machen? Ja, wir machen das machen. Steigerbeschleuniger und Höchsttempo nützlich für starke Steigungen, weite Sprünge und hoch. Hohe Platzierungen auf der besten Liste. Aufwerten. So. Auf dem richtigen Weg. Verbessere dieses Fahrzeug voll und du bekommst das nächste Teil. Okay. Können wir jetzt nochmal. Kostenlos. Tempo aufwerten. Steigerbeschleuniger und Höchsttempo nützlich für starke Steigungen. Kennen wir. So, wir haben immer noch, wir können immer noch aufrüsten. Wir haben ja noch 160. Ich gebe nochmal 110 aus. Nicht mehr anzeigen. Aufwerten für 110. Noch mehr Tempo. Jetzt haben wir noch 50. Davon können wir uns nichts mehr kaufen. Deswegen würde ich mal sagen, fahren wir mal los. Also, verschnellert das Auto. Auf geht's. Ich bin gespannt, ob die anderen sich auch verschnellern können. So, das ist durch. Und Speed. Vollgas. So. 720 Meter gilt es zu schlagen. Ich glaube, ich hätte die Rolle so komplett geschafft. Rit Rod ist explodiert. Ja, das war nicht gut. Das waren nur 246 Meter. Ähm. Wir fahren einfach direkt nochmal. Ich weiß gar nicht. Wir müssen auf jeden Fall viele Münzen sammeln. Und jetzt wieder ein bisschen Bremse. Und weiter geht's. Mega Sprung. Wow. Durch die Neigung haben wir den bekommen. Sprit, okay. Sprit braucht man. Ist wichtig. So. Und jetzt hoffentlich kommen wir hier hoch. Das war ja die erste Mega-Chance. Komm schon. Yeah. Wir haben es geschafft. So, und hier. Oh, nein. Nein, 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 nein. Das sah nicht gut aus. Also, das ist kein neuer Rekord. Rit Rod ist explodiert. Und das schon nach 529 Metern. Gibt es hier eigentlich auch ein Ziel? 100 gesammelte Münzen. Ähm. Ich investiere mal wieder 160 und 70 nochmal in Grip. Also. Haben wir das Auto nochmal wieder weiter aufgerüstet. Wir sind immer noch Level 1. Egal, wir fahren weiter. Ich probiere das Ganze nochmal. So. Und. Ich liebe ja Hot Wheels. Ich habe die Dinger ja. Früher haufenweise. Gesammelt. So. Und wieder. Ich glaube, wir sind echt ein bisschen schneller hier. Mega Sprung. So. Der andere holt gerade auf. Haben wir nicht bekommen. Schade. Ich habe mich extra stark geneigt. So. Wir haben wieder mehr Sprit. Das ist gut. Ist ja wie bei der Polizei-App. Da musste man auch immer die Benzinkanister einsammeln. So. Ich glaube, die Chance war gerade viel einfacher für uns. Oh. Wahnsinn. Gibt keinen Looping-Bonus oder was? Wir brauchen bald mal wieder Benzin. Jetzt kommt nämlich der nächste. Und. Ja. 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 Wir haben es geschafft. Ich glaube, das hätten wir ohne Updates nicht geschafft hier. So. Also. Streckenrekord ist hier auf jeden Fall safe. Nein. 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 Nicht so. Nein. 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 Nicht so kurz vor Schluss. Wir sind so kurz vor Schluss draufgegangen. Also. Es gibt Streckenende. Also. Wir können hier nochmal wieder. Was? Sonneangebote. Also. Ja. Diese App enthält leider Werbung. So. Wir haben ja nochmal. Ich gebe nochmal was. Ach nee. Oh. Jetzt kostet das schon 230 für mein Tempo. Mehr Grip will ich. Stabilität investiere ich auch mal. Haben wir auch noch nicht gehabt. Also. Unseren Rit Rod einfach mal ein bisschen aufrüsten. Und jetzt schaffen wir das. Auf geht's. Ja. Er fährt echt gleich ein bisschen schneller wieder. Also. Als im Vergleich zum ersten Mal. Nein. Nicht bekommen. Schade. So. Benzinkern ist da. Ich weiß nicht ob man da drunter wegfahren kann. So. Wieder der erste. Aber wir haben ja Grip gesteigert. Also eigentlich müssten wir hier locker hochkommen. Und wir kommen ja auch wieder locker hoch. So. Jetzt ist es wichtig. Gut. Das sieht gut aus. Wir holen ihn wieder ein. Wir haben ihn wieder eingeholt. Jetzt keine Fehler machen. Man kann hier ja so viele Fehler machen. Oh. Jetzt der Mega. Mega. Wow. Es hat geklappt. Nein. 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 Komm schon. Und jetzt Gas. Hoch da. Mega Sprung. So. Jetzt nicht die Nerven verlieren. Jungs. Wir sind hier gleich am Ende. Noch einmal den Looping. Und. Juhu. Wir haben es geschafft. Streckige Schaft. Neuer Rekord. Wir kriegen unseren dritten Stern. So. Ähm. Ja. Streckige Schaft. Ich bin ganz stolz auf mich. Muss ich mal ganz ehrlich sagen. Okay. Weiter. Ah. Level 2. Level 2 geht es weiter. Auch da müssen wir drei Sterne holen. Okay. Wie. Sind unsere Kristalle jetzt weg? Ne. Unser Ding ist noch da. Also. Wir könnten hier den Ritrod auch wieder. Das nächste. Ah. Guck mal. Tempo ist viel viel schneller. Also. Man kann sich hier nach und nach auch neue Autos holen. Angucken kann man sie sich schon. Die sind natürlich um einiges schneller als der Ritrod den wir jetzt haben. Doch. Ziller. Was haben wir denn überhaupt für ein Gratisgeschenk hier? Ich klicke da mal drauf. Geschenk zweimal zum Tippen. 150. Fortfahren. So. Nochmal ein Geschenk. Nochmal 150. Stark. Also. Wir haben jetzt. Achso. 300 Kristalle. Für 2500. Achso. Kristalle muss man glaube ich kaufen. Nein. Mach ich nicht. So. Das war auf jeden Fall Hot Wheels. Offroad. Wenn es euch gefallen hat. Würde ich mich freuen. Wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Das war es von mir. Filmklappe ist weg. Tada. Das war meine Filmklappe. Das war es von mir. Bis zum nächsten Mal. Tschau. Tschüss. Auf Wiedersehen.